Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Golden Sun Expert. Wir sind hier stehen geblieben in der Wüste von Lamanca. Vom Lamanca oder was weiß ich. Egal. Und hier haben wir schon das Benzemaß gesehen. Da steht ein Monster. Hi. Oh. Na gut, komm her. Ne, ist wohl noch nicht gut. Das kommt jetzt schon. Wir haben unsere Genies noch auf Standby. Okay, ja. Das nutzen wir gleich mal aus. Und, ähm, ich würde hier gerne noch, ähm, gerne mal einmal speichern, ja. Oh, ist weg. Ist das schlimm? Gewiss teste ich das gerne nochmal. So, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich habe keine Ahnung, wir können in den Kampf. Ähm, ja. Komm. Manticore erscheint. Hallo? Ähm, wir fangen an mit Ostarar. Dann haben wir... Timate. Ivan, du rufst Tor. Und mir, du beschwörst Boreas. Das sollte wehtun. Yeah. Das erste Mal, dass ich ihn mache. Tor ist auch cool. Bam, 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 boom. Oh, ha, ha, ha. 1157. Ivan, das war großartig. Hm, okay. Okay, Ivan wurde vergiftet. Das wird mir gar nicht gefallen. Jo, jetzt kommt Boreas. Der sollte eigentlich am meisten Schaden machen. Oder? 1571. Oh, Mia, du bist so genial. Ja, du machst jetzt die 3er-Beschwörung. Die 4er-Beschwörung haben wir jetzt schon hinter uns. Mal sehen, wie viel macht das. 806, auch nicht schlecht. Hindernis. Aber es wirkt nicht auf Gerrit. Ha, ha, ha. Wird nicht gut. Timate. Boom, wie viel macht das? 519, naja, ist etwas. Gut. Der, der hat sich jetzt einiges verloren. Ja, so 3000. Ja, okay. Warte mal da. Ich rechne immer gern zusammen, wie viel Schaden ich denn schon gemacht habe. Das sind einmal 1500, 1100, mal 2600. Dann nochmal 800 dazu. Ähm, macht 3400 und nochmal 500. 300, naja, 3000 und nochmal mit den Kleidens der Quetschenzahlen. Noch werden es 4000. Ich denke, ich habe dich eine gute Hälfte abgezogen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut sogar. Gut, mach mal jetzt Ragenjog. Ähm. Obwohl, warte mal, kannst du noch deine Heil? Ja. Mach mal Heil. Ja, mach Heilwasser, komm. Mach Heilwasser auf Ivan. Gerrit. Du bist in diesem Kampf irgendwie nützlos. Deshalb, greif du mal an. Ivan. Du machst mal. Mach mal ein Licht, lass mal. Und du machst Giftheilung. 153, okay. Feuerausschlag. So. Heilwasser. Giftschwanz. Schon wieder vergiftet. Das ist nicht gut. Verbinden wir uns mal. Ragenjog. Ups. Nein. Du sollst... Ähm. Ne. Du hast kein Gift oder sowas. Wie nervig. Ragenjog. Normal angreifen. Was hast du bei Items? Für Items noch? Ähm. Gegengift. Gut. Dass wir sowas noch dabei haben. Machen wir mal Gebet. Ähm. Ja. Ich brauche etwas. Lachen. Fluch. Aber es wirkt dich. Okay. Machen wir nochmal Ragenjog. Guck das nochmal an. Steckt Widerstand. Naja. Doch machen wir mal einen Schlag für Isaac und Gerrit. Ähm. Mia. Du kannst jetzt mal Gletscher machen. Ich will sehen, was mir das so abzieht. Oh ja. Aber wir wirkt Nova. Okay. Gletscher. Wie stark ist das? 189. Okay. 132. Täuschung. Oh Gott. Jetzt wurden alle getäuscht. Das heißt, normale Angriffe werden jetzt doch. Noch. Na. Umbrauchbarer. Hier machen wir mal Kiesel. Ähm. Ähm. Dann hebt mal die Verteidigung. Du mach ein Alexi auf Gerrit, weil er nochmal angreifen muss. Mia macht Gletscher. Giftschwanz. Ja, du bist so ein Drecksvieh. Hindernis. Ja. Gerrits Verteidigung steigt um 54. Ach du Scheiße. Gut, aber das... Ja, als Gerrits Verteidigung steigt um 54, das gleicht das wieder aus. Ähm. Ja, 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 hm. War genug. Gerrit. Ähm. Nein, eigentlich braucht das eigentlich nicht. Du greifst nochmal an. Du benutzt noch dein Gegengift. Mia, du machst mal Wunschquelle. Wir haben doch schon ein bisschen was verloren. So. Und der 132 hält etwas aus. Oh, der mit seinem Gift. Der nervt mich da echt zu Tode. Hm, rar genug. Normal angreifen. Dicht das mal. Halt, ne. Ich lasse das mal Elixir, aber. Ach, die Täuschung ist ja auch egal. Dann mache ich Plasma und Mia. Dann muss Mia das jetzt machen, weil ich kein Gegengiften habe. Giftheilung. Das viel nervt mich irgendwie. Komm, du hast so viel Erfolg verloren. Du kannst dich selber durchhalten. Fluch. Der Geist ist Tode zum Abend. Mia, na super. Das will mir überhaupt nicht gefallen. Das ist nichts Gutes, glaube ich. Ähm. Ähm. Änderung. Nee. Das heilt keine Flüche. Gut. In diesem Fall beschwören wir mal Gezier. Ja, bewirke Nova. Das ist auch lustig. Wenn die Attacke fällt. 129. Ja, ja. Versuch mich zu täuschen. Weil ich aussage. Wieso sind wir... Hallo? Das Vieh nervt mich gerade irgendwie zu Tode. Ich trifft Ragnach eigentlich da noch bei Täuschung. Da geht es ja nachher in der Nahkampftechnik. Gut, Gerrit. Dann tu was zu Täusches und machbar Fieber. Ach, kann jetzt ein Mokko überhaupt eier? Von der Sicht wird rauch. Versuchen wir mal. Mia, da setzt Quelle ein. Ein bisschen mal zu heilen. Ja, Gerrit wurde... Oh Gott. Dieses Vieh nervt mich. Ich hab nicht gedacht... Ich hatte nicht in der Erinnerung, dass das wie so lästig ist. Ja. Fällt um 47. Super. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Schön, schön. Jeder hat ja irgendwas. Ne, Ivan geht jetzt nicht mehr. Mal weiter. Ragnach, das passt schon. Du machst jetzt mal Fieber. Ivan, du machst mal... Mach und fahr noch. Schneller, ja, mach das. Du machst meinen Nebel. Ja, bewirke Feuerschlag. Ist auch gut. Geh sterben, geh sterben. Oh mein Gott, Ivan geht gleich drauf. Das würde mir nicht gefallen. Dieses Vieh nervt mich echt. Ragnach. Obwohl, ich hab Angst wegen Ivan. Darum reicht Sicherheit selber mal Granit. Ähm, Gerrit. Du kannst jetzt beschwören. Team Mart. Auch wenn das nicht so viel bringt. Aber das ist ein bisschen das... Was sinnvolles. Riese. Sprudel auf Ivan natürlich. Ja, ich beschwör grad... Ich will grad nochmal die Genies... Äh, die Beschwörungen rufen. Darum. Ja. Das sollten wir den Kampf doch mal ein bisschen beschleunigen. Ja, hier, Team Mart. Reicht das? In dein Gesicht. Danke. 8000 Erfahrungspunkte. Oh, die sind schön. Die seh ich gerne. Ivan ist ein Magier. Level 27. Imiya ist nur ein Gelehrter. Level 29. 3.400 Wünschen. Ängstikristall. Äh, ja. Okay, das hätten wir jetzt mal geschafft. Das hat ja lang genug gedauert. Ähm. Sind wir noch irgendwie verseucht? Oder vergiftet? Oder sonst irgendwie? Was sieht man das hier? Ähm, ja. Gerrit scheint noch vergiftet zu sein. Also macht mir mal eine Giftteilung. Dem, dem, dem. Ähm. Die beiden lassen wir mal so. Die verbinden wir mal wieder. Ähm. Zieh mir die... Hier haben wir Gerrit. Danke. Let's, ähm. Entschuldigung. Und hier rein. Oh mein Gott. War das ein... Stummes Vieh. Das war nervig. Naja, was soll's? Ich bin draußen. Oder ich... Ich weiß, hier gibt es noch einen Venus-Genie. Den möchte ich mir jetzt noch holen. Irgendwo hier wieder draußen in der Wildnis. Nö. Darauf hab ich jetzt keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf Bienen zu kämpfen. Keinen Bock auf Bienen zu kämpfen. Gegen Bienen zu kämpfen. Aufbieten. Ja, ich kämpfe auf einer Biene. Sehr logischer Satz. Ja. Ich glaub, der ist hier. Der... Ähm, nein. Hier ist er anscheinend nicht. Ich glaub, ich will jetzt nicht kämpfen. Ich will den Genie. La, la, la. Warum kommt keiner? Was... Was bist du denn? Obwohl... Wenn ich gegen Genie kämpfe, muss ich vielleicht alle auf Stand-by setzen. La, 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 la. Nein. Wenn ein Genie an einem Ort ist, dann erscheint der eigentlich sofort immer. Obwohl, ich versuch's mal in diesem Wald. La, 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 la. Ah, da ist er doch. Sehr schön. Oh. Wir wurden von ihm überrascht. Gott, was hat der Ivan für den Schaden gemacht? Egal. Ostara. Nein, du nicht Thor. Timate. Ivan, du beschwörst Thor. Mia. Boreas. Das überspringe ich nicht. Auch wenn wir schon mal gesehen haben, diesen Part. Aber ich find das so cool. Boom. Naja gut, 600. 15 Hordes war 6. Tief. Boreas. Bam. Ja. Das macht bei ihm gar nicht so viel Schaden. Übergeier. Mhm. Der ist irgendwie böse. Das gefällt mir jetzt nicht. Mhm. Das macht auch nicht so viel Schaden. Was ist das für ein blöder Genie? Hier, Timate. What the fuck? Das ist mir zu wenig. Ich bin einfach fast das viel mehr abgezogen. Das gefällt mir nicht. Ähm. Du, mach mal. Heilwasser auf Ivan. Du machst Eruption. Du machst Lichtblasma. Du machst tiefes Gebet auf dich selbst. Okay, doch schon besiegt. 3000 Erfahrungspunkte. Ja, wir hatten noch nicht genug. Das macht zusammen schon 11.000. Ja, ich bin ein Ritter Level 28. Cool. Ja, da, 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 da. Franke. Yeah. Franke macht. Senk-Gegnerische-Schnelligkeit. Das ist auch Senk-Vierte. Aber der vierte Venus-Genie. Ähm. Ja. Segnung hier auf Ivan. Obwohl, das war ein bisschen zu viel. Ups, das war übertrieben. Ja. Ja. Ähm. Gut. Was wollte ich jetzt noch tun? Ähm. Ja, da, da. Da in die Stadt gleich gehen. Ne Kampfbiene, ja. Sind sie und Isini schon wieder verbunden? Ja. Jetzt wollte ich euch erstmal noch zeigen. Smog, wenn er sich verbindet. Was das jetzt bringt. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich jetzt ein paar vergessen. Ja, 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 ja. Ja. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir. Selber jetzt noch bei Ranke. Oh ja, die KP steigen schön. Und der Angriff auch gut, ja. Oh, okay, noch keine neue Ziehmagie. Das wär noch schöner. Aber, okay. Nehmen wir. Obwohl. Ich möchte euch jetzt noch die stärkste Venus-Beschwörung zeigen. Und die, die auch am Geisten aussieht, finde ich. Dazu warten wir mal kurz. Komm, noch ein Monster, irgendein. Okay, Kampfbiene und Umtote. Ähm, lalala, rufen. Gericht. Ups. Lalalala. Ja. Cool. Jetzt nur noch für die Kampfbiene das Gericht. Yeah. Gericht. Bam. Bam. Boom. Ähm, der Schaden war irgendwie nicht so toll. Na gut, aber anscheinend hat, sind Bienen immun gegen das Erd-Element. Also nicht immun, aber es bringt nicht viel bei Bienen. Aber ansonsten sieht er geil aus schon mal. So viel kann man schon mal sagen. Ähm, ja. Dann können die sich langsam mal wieder verbinden. Na, das kennt ihr auch in der Stadt, oder? Also, Kali, Kali, ähm, Kali, Kali, also wie auch immer man das ausspricht. Komm, ich will, dass wir sich noch verbinden. Gut. Gut, ähm, jetzt gehen wir mal rein, suchen das Inn. Das nächste Mal gucken wir uns ja ein bisschen um. Ja, la, 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 la. Ähm, lass mich durch, lass mich durch. Danke. Nein, äh, ich glaube, oder? Also, gut, das war Wanderl. Ich glaube, man kann hier nicht schlafen, weil es zu voll ist. Aber ich glaube, das war dann erst in der nächsten Stadt. Ja. Dankeschön. Gut, ähm, wo mache ich den Schnitt? Ach, ich mache ihn. Ähm, ja, aber, heh, wo mache ich Schnitt? Äh, ich stelle mich einfach wieder im Dorf an den Stadteingang hier hin. Genau, hier stelle ich mich hin. Also, das war Golden Sun Expert für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Da würde ich sagen, ich beende die Aufnahme und bis zum nächsten Mal wieder. Schau und bis dahin. Tschüss.